Herzlich Willkommen zu diesem Video. Zwei Meldungen, die habe ich heute für euch. Die erste, die kommt aus Japan. Dessen Finanzaufsicht nimmt nämlich einige nicht lizenzierte Kryptobörsen etwas genauer unter die Lupe. Und dann habe ich noch die spanische Regierung mit einem Regulierungsansatz, der bislang sehr positiv daherkommt. Ja, wir alle erinnern uns an den eine halbe Milliarden Dollar schweren Diebstahl bei Coincheck, einer der größten japanischen Kryptohandelsplattformen. Und infolge des Hacks, den es dort gegeben hat, da hat sich ja bekanntermaßen die japanische Finanzaufsicht eingeschaltet, um der Sache genauer nachzugehen. Naja, und es ist auch wie ich gerade aufgrund dieses Vorfalls, dass sich die Finanzaufsicht in der Pflicht sieht, weitere Ereignisse dieser Art vorzubeugen. Das merkt man wirklich an allen Ecken und Enden. Und genau das soll nämlich durch einige Maßnahmen gewährleistet werden. Und dazu gehören mit Sicherheit auch die derzeit durchgeführten Inspektionen bei 15 Exchanges in Japan. Hier in diesem Coindesk Artikel ist ausdrücklich die Rede davon, dass es sich dabei um unlizenzierte Exchanges handelt. Was sicherlich auch richtig ist, aber es ist gleichzeitig auch eine Tatsache, die ich persönlich nicht allzu sehr bewerten würde, da sowas relativ schnell missverstanden werden kann und auch gerne mal, um Verunsicherung zu schaffen, aus dem Kontext gerissen wird. Aber gerne an dieser Stelle einmal zur Erläuterung. Ja, es gibt in Japan in der Tat einige Exchanges, die lizenziert sind, was aber im Umkehrschluss nicht bedeutet, dass alle unlizenzierten Exchanges illegal agieren. Denn diese von der Regierung ausgegebenen Lizenzen sind keine Pflicht. Und diese Meldung, die ist eigentlich als reine Sicherheitsmaßnahme zu verstehen. Und ich erläutere das an dieser Stelle einfach nur deshalb, weil ich heute an anderer Stelle etwas über ein Vorgehen der japanischen Regierung gegen nichtlizenzierte Kryptobörsen gelesen habe, was aber so definitiv nicht zutreffend ist. Vor einigen Tagen, da gab es auch eine andere Maßnahme der japanischen Finanzaufsicht, die nämlich sämtlichen japanischen Exchanges die Aufgabe gegeben hat, eine Mitteilung zu fertigen, welche Sicherheitsprotokolle deren Websites benutzen und was man als vorbeugende Maßnahme gegen Hackerangriffe unternehmen würde. Diese Auflage, die hat es übrigens nicht nur für die unlizenzierten, sondern auch für die elf lizenzierten Exchanges in Japan gegeben. Ich finde, es ist sehr offensichtlich, dass die japanische Regierung wirklich versucht, einen weiteren Vorfall, wie es ihn zuletzt bei Coincheck gegeben hat, zu vermeiden. Und auch dort halten die Untersuchungen weiter an. Ja, kommen wir zu Spanien. Die in Spanien regierende Volkspartei, die arbeitet derzeit nach eigenen Aussagen an einem Gesetzesentwurf, der Blockchain- und Kryptounternehmen in ihr Land locken will. Das hört sich alles sehr positiv an, soweit. Naja, und wie das bei solchen Ankündigungen normalerweise der Fall ist, gibt es auch hier nicht allzu viele Informationen, die publik geworden sind. Allerdings hat man hier bewusst einige Aussagen getroffen und die möchte ich hier einmal kurz zusammenfassen. Gerade im Hinblick auf ICOs möchte man tatsächlich viele Unternehmen nach Spanien locken. Das ist tatsächlich mal eine überraschende Aussage, denn die meisten Regierungen, die sich zu ICOs äußern, die schlagen eher einen relativ kritischen Ton an, aufgrund der vielen Betrügereien, die mit ICOs veranstaltet werden. Man schreibt hier zwar auch, man möchte ein sicheres oder sichere Rahmenbedingungen schaffen, um das Investieren in ICOs zu ermöglichen. Dazu gehört sicherlich auch der Konsumentenschutz, keine Frage. Aber es ist auch ganz klar die Rede davon, dass man Blockchain-Unternehmen und Unternehmen, die einen ICO starten möchten, auf gesetzlicher Ebene entgegenkommen möchte. Hier wird zum Beispiel das Stichwort Steuerentlastung genannt. Und wie das dann genau aussehen wird, das muss sicherlich dann die Zukunft zeigen. Ja, und das war es im Grunde genommen schon für dieses kurze Video. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Zusehen und bis zum nächsten Video.